Ah, ihr seid ja bei dir, ihr seid ja bei dir. Liescher, 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 Liescher hat uns. Die kommt aus einem fernen Land, von ganz weit in unsere Stadt. Und Liescher hat uns sie genannt. Am einen, auf. Und zurück, da. Sehr schön, wir haben ja super Beispiele hier. Einmal ganz nach hinten, Vorsicht. Einmal ganz nach hinten, wir sind ja bei dir, ihr seid ja bei dir, ihr seid ja bei dir, ihr seid ja bei dir. Doppelsinn, ich lasse den Leuten auch ausgeschenkt. Gibt es Suppe, stimmt's Kinder? Ja. Genau, ich kann ja auch noch was lernen. Wo gibt es Suppe? Sehr gut. Der hat's ja richtig gesagt. Habt ihr durch? Ja, ihr seid doch. Gibt es schon drauf? Die freie Ecke, ich finde es echt. Schnappe, du, 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 du versche Ach O. O. Mein Donaldt, halle,ett, fang I a, i a, o. Und all that fun, we hang out I a, i a, o. With a quack, quack, here and a quack, quack, there Here, a quack, there and a pat, anywhere at pat pat Ich will nicht nur Deutsch sprechen, Kollege. Wie willst du richtig Deutsch lernen, die Frau Jeterin? Die kann auch 100 Jahre hier sein. Und der Herr Endres kann auch kein richtiges Deutsch. Hört ihr das? Und dann schimpft er mal mit meiner Mama, obwohl sie hier gar nicht zur Schule war. Bis zum, bis zum, bis zum. Bis zum, bis zum, bis zum.